hallo liebe camper herzlich willkommen bei miga caravan bei uns auf dem kanal was haben wir heute haben wir eine kleine besonderheit ich möchte euch zeigen was wir nächste woche alles im programm haben und was wir tun was man heute gemacht haben in der werkstatt und da ist ein kleines zuckerstückchen dabei bleibt dran da steht da ein california t6 ein geiles auto also echt muss ich sagen wir kriegen den hier zum komplettumbau das ist echt ja ich ihr hört schon so ein bisschen meine begeisterung ich meine das wäre jetzt kein auto für mich als person aber ich finde es schon richtig geil was hier alles verbaut ist es schaut schon echt fit aus ein geiler kleiner camper sogar eine integrierte dusche also mit duschkabine innen drin also hier kann man auch duschen da drin also es ist echt ein richtig schönes fahrzeug ich will jetzt hier keine room tour machen aber ich blende euch so ein bisschen ein was das fahrzeug wie das ausschaut und was total speziell ist ist auch die folierung also ich mache jetzt hier mal die seite zu schaut euch mal die folierung an schaut ihr nicht geil aus also passend oben zu dem grau also richtig mega also ich bin immer total geflasht aber das auto gefällt mir schon richtig klasse also tolles fahrzeug ja was machen wir bei dem auto was kriegt er das ist ein camper in der größenordnung natürlich mit der autarkie ein bisschen schwierig weit her und das ist der grund warum wir das fahrzeug jetzt einmal in unsere finger bekommen und mit dem kunden ein komplett umbau geplant haben zum einem fehlt hier warmwasser das möchte der kunde da müssen wir uns was einfallen lassen wie wir das natürlich wirklich umsetzen da haben wir zwar wasser an bord aber die warmwasser situation fehlt also kriegt er von uns warmwasser zum zweiten kriegt er eine vibro alarmanlage die wir verbauen weil so schönes fahrzeug wäre ja schade wenn da entsprechend hände angelegt wird das wird gesichert zum zweiten sehen wir ja schon das fahrzeug hat hier ein ausstelldach und woops hier oben und genau hier oben bauen wir viermal solarmodul natürlich flexi module aufs faltdach obendrauf zudem bekommt er hier eine lithium batterie die müssen wir hier noch rausbauen ihr seht schon es ist alles verflucht eng also es ist schon echt tricky dann bekommt er noch einen wechselrichter für 230 volt und schlagt mich wenn ich was vergesst natürlich netzumschaltung und allem drum und dran richtig geil also er kriegt richtig heftig viel was wir hier verbauen was habe ich noch vergessen ich müsste jetzt auf den zettel schauen zwei lithium batterien weil von haben wir ja auch noch mal aufbau batterie der lebt aus zwei aufbau batterien und ja das konstruieren wir alles um und versuchen hier eine irrsinnige autarkie rein zu kriegen um dass das fahrzeug dann entsprechend autark frei stehen kann da sind wir richtig gespannt drauf das ist ein riesen projekt da freuen wir uns drauf und da möchte ich euch natürlich auf alle fälle teilhaben lassen und und dann nehme ich euch natürlich mit das wird ja eine ganz schöne ecke dauern bis wir das fahrzeug entsprechend umbauen aber wir freuen uns drauf und da lassen wir uns richtig was einfallen weil hier müssen wir ein bisschen zaubern weil natürlich die ecken alles ihr seht es schön eng schön klein ich werde mir das alles in ruhe jetzt mal angucken wo wir wie wir was verbauen und da hole ich euch natürlich schrittchen weiß immer mit dazu damit wir hier am laufenden bleiben und ihr seht was wir an dem t6 alles verändern und wie autark ist er denn dann wirklich dabei schon mal viel spaß und schaltet auf alle fälle wieder ein was den t6 betrifft weil das wird echt ein mega interessantes projekt ja was haben wir heute noch so gemacht schwenke ich jetzt einmal rum hier haben wir eine schöne leica stehen von einem ganz 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 lieben kunden und hier haben wir ein bisschen nachgeholfen der kunde hat sich zwei lithium gewünscht dann haben wir ihm liontron eingebaut weil der kunde liontron wollte explizit das haben wir dann auch umgesetzt und verwirklicht jedoch hat eine liontron dann gleich mal das packen angefangen da muss ich mich mit liontron auch noch ein bisschen auseinandersetzen weil die kurioserweise ich weiß auch nicht warum sich nicht laden ließ ich habe die auch geprüft also es ist tatsächlich so die batterie ist komplett hinüber zumindest macht sie überhaupt nicht das was sie soll jetzt suche ich gerade hier ein lichtschalter damit wir hier mal ein bisschen licht reinkriegen kleinen moment und jetzt schneide ich an der stelle wieder rein und schon ist es hell ja er wollte eine liontron er ist eigentlich selber vom fach hat sich das auch eingebaut aber letztlich hat es nicht wirklich alles funktioniert weil die liontron eben einfach schlichtweg nicht das gemacht hat was sie gewollt hat dann hat er einen wechselrichter hier verbaut das hat er noch selber reingebaut bitte nicht wundern den hat er da außen hingeschraubt weil der kunde ist aber gehandicapt so steht hier auch immer der rollstuhl das ist ein elektrisches rollstuhl der muss geladen werden während der fahrt und drum hat er das hier so verbaut und funktioniert auch super datenlos doch haben wir jetzt den ganzen batteriekasten einmal komplett zerrissen und haben das jetzt hier so gestaltet haben da entsprechend zwei neue liontrons eingebaut damit der kunde jetzt endlich sein fahrzeug genießen kann und nicht wieder warten muss bis die von liontron wieder geschickt wird und wieder hingeschickt wird und wieder her geschickt wird das ist was was uns alles nicht gefällt und drum haben wir jetzt ein bisschen von unserer seite da ein bisschen mitgewirkt und haben jetzt von unserer seite hier zwei liontrons eingebaut die funktionell sind und die auch funktionieren die haben wir geprüft die passen die laufen und haben das anständig neu verkabelt haben auch die wechselrichterkabel neu verzogen haben da hinten das sieht man jetzt leider nicht ist ein bisschen dunkel da hinten zwei neue verteilerboxen eingebaut wie wir es ja immer kennen um dass man die ganzen pole da sauber kriegen damit hier auf die pole nicht mehr so viel kabel und strom liegt und ja darum haben das alles so umgebaut und das glaube ich kann man jetzt sehen den kasten haben wir eine neue batterie halterung reingebaut damit das alles sauber passt und die batterien richtig fit und fest sind das haben wir für den kunden heute noch schnell reingeschoben unter anderem haben wir in den fort wo ich euch gestern gesagt habe den konnte ich leider nicht mehr filmen aber ich schneide euch das bild mit rein was wir da gemacht haben wir haben nämlich hier noch schnell einen rapid verbaut das blende ich euch jetzt mal oben rechts noch schnell mit ein hier oben da haben wir einen rapid verbaut und haben uns da nur ein bisserl was einfallen lassen ladebooster wechselrichter habe ich mit verbaut sowie den rapid in der mitte und ich glaube das ist eine ganz tolle geschichte für was brauchen wir eigentlich den rapid also der rapid ist eigentlich ganz tolle geschichte das ist mikroprozessor der einfach im wohnmobil die starter batterie immer unter kontrolle hält und das ist eine wichtige thematik weil die starter batterie von gerade bei den neueren fahrzeugen ist das ja eh öfter das problem aber man vergisst mal das licht auszuschalten in radio lässt man mal laufen oder was auch immer jetzt ist die batterie leer und wcs der götz hat es ja schon öfter gezeigt und auch vorgemacht was der rapid kann ich drücke dann einfach auf das knöpfchen von dem rapid und schwuppdiwupp schiebt er mir von der aufbaubatterie dementsprechend strom in die starter batterie um dass er dementsprechend wieder stadtfähig wird jetzt kommen ganz bestimmte menschen und sagen immer wieder ja das kann man ja viel günstiger haben da gibt es ja auch diese standby lader ja stimmt es gibt diese standby lader die können aber ja nur einen weg und zwar können die den die starter batterie überwachen und auch natürlich immer wieder fit halten im normal prozess schien zwischen drei und fünf ampere je nachdem nach vorne an die starter batterie was die aber alle nicht können ist wenn euer starter batterie einfach schlichtweg mal komplett leer ist oder leer wird weil eben licht vergessen radio vergessen innenbeleuchtung vergessen was der teufel kann ja mal alles passieren ist alles menschlich ist mir schon mehr wie einmal passiert und dann ist schlichtweg die batterie leer und dann macht es nur noch klick 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 und erstattet eben nicht mehr und jetzt kommt eben die besonderheit an dem rapid weil der kann das nämlich man drückt dann einen knopf und dann schiebt er nicht nur drei oder fünf ampere vor sondern er schiebt mal schlichtweg bis 30 ampere vor und die batterie ist in zehn minuten wieder komplett stadtfähig ich spare mir die ganze sucherei nach ein mit überbrückungskabel und so weiter sondern ich drücke einfach auf meinen knopf genieße noch eine kleine tasse kaffee und dann kann es losgehen und das ist mal eine tolle sache ich muss euch den einfach noch mal zeigen weil er schaut einfach echt geil aus mit der folierung also er hat schon echt was was cooles also ich muss jetzt immer wieder sagen das auto ist echt top gefällt mir schaut richtig cool aus ich glaube der california macht uns richtig spaß den umbau ihr habt ihn gesehen also ist echt ein tolles fahrzeug und ich freue mich da schon richtig drauf da sind wir schon ganz fiebrig natürlich wieder probleme lösen gucken wie wir weitermachen und 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 also das wird richtig spannend und da sind wir schon richtig ja freuen wir uns richtig drauf das war der tolle sache ich bedanke mich damit dazu geschaut habt oder dass ihr zugeschaut habt bleibt dran an unserem kanal das ist die vorausschau auf das was kommen wird nächste woche ich hoffe ihr verfolgt das alles weil ich bin selber gespannt wie das geht ich nehme euch da auf alle fälle immer wieder mit wie versprochen schreibt in den kommentaren was ihr davon haltet von so einem t6 autark zu gestalten umzubauen und über ein abo freue ich mich genauso wie über einen daumen nach oben wenn es euch behakt und bleibt gesund ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende und wir sehen uns wieder bis bald schöne grüße aus den gespülen